Musik Einmal quer über den Indischen Ozean, knapp 3000 Kilometer hat uns die Silver Spirit jetzt gebracht und hier auf die Seychellen verfrachtet, das absolute Urlaubsparadies. Das allerdings hängt gerade in den Wolken und es regnet, aber schön warm ist es, immerhin. Jetzt haben wir uns ein Taxi genommen, es ist zwar nicht das beste Wetter, aber auf Pralin muss man natürlich unbedingt einmal Ars Lazio sich anschauen, einen der schönsten Strände der Welt und genau da fahren wir jetzt auch hin. Wie kann es sein, dass man an einem der schönsten Strände der Welt völlig alleine ist? Antwort, man ist in der Regenzeit da und es regnet. Musik 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 Ja, den Schildkröten hier ist das Wetter egal, die werden ja auch bis zu 200 Jahre alt, kommt auch wieder Sonnenschein. Musik 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 Musik